Hallo, ich wünsche euch einen wunderschönen Londonstagmorgen und begrüße euch zum Personio Product Update im September. Kurz zu mir, ich bin Andreas aus dem Support Team und habe nun zum zweiten Mal das Vergnügen hier moderieren zu dürfen. So und neben mir gibt es wie immer einen kurzen Überblick, wenn wir heute noch so alles dabei haben. Das ist einmal die Laura, die heute für Larissa übernimmt und die viele von euch bestimmt von früheren Product Updates kennen. Und wir haben ja nach jedem Themenblock ein paar Minuten Zeit für Fragen von euch, die mir dann Laura live aus dem Chat stellen wird. Und natürlich ist auch heute wieder unser Chat-Support mit dabei, heute mit Sarah, Kerstin, Thulin und Raika. Und während des gesamten PPUs zippen sie fleißig Antworten auf eure Fragen ein, um eben auf möglichst viele davon eingehen zu können. Hierfür ganz kurz nochmal der Hinweis zu der Upward-Funktion von Fragen im Fragen- und Antworten-Bereich in Zoom. Nutzt diese Funktion bitte, damit wir sehen können, welche Fragen besonders wichtig für euch sind und wir versuchen dann diese bestmöglich zu beantworten. Wie es so insgesamt um den Fragen- und Antworten-Bereich hier in Zoom steht. Also ob ihr den so beibehalten wollt oder ob wir was ändern sollen. Dafür gab es jetzt ganz am Anfang eine Umfrage und da sind wir euch auch sehr sehr dankbar, dass ihr die ausgeführt habt und ja und so eure Meinung dazu mitgeteilt habt. So was erwartet uns heute an diesem schönen Donnerstagmorgen? Wir starten tatsächlich so wie wir oder wie viel mehr Marius das letzte Mal im Produkt-Update aufgehört hat. Nämlich mit einem Update zum Marketplace. Dieses Mal geht es jetzt nicht um unsere Marketplace-Website, sondern um die Marketplace-App im Produkt selbst und genauer gesagt da um das API-Management. Danach gibt es noch ein kurzes Update zu den Einstellungen für die Dativ-Integration und dann geht es auch schon weiter mit dem zweiten Block. Da gibt es dann Neuerungen im Thema Performance und Entwicklung. Nämlich was das Einstellen von Performance-Meetings angeht und was die Sortierung innerhalb eines Zeitraumes angeht. Im dritten Block geht es dann um das Delegieren von Genehmigungen bei An- und Abwesenheiten, um einen neuen Filter bei den Genehmigungen für Anwesenheiten und um die absolute Anpassung bei stundenweisen Abwesenheiten. Ja, so dann hoffe ich, ihr seid alle bereit, weil dann steigen wir ein in die Updates. Zum Thema Marketplace. Bisher war es ja so, dass ihr die API-Zugriffsdaten für Integrationen in den Einstellungen erstellt habt. Und jetzt geht das Ganze in der Marketplace-App selbst und muss jetzt nicht erst manuell über den Umweg in den Einstellungen gemacht werden. Wenn ihr also im Marketplace auf eine Integration geht, die ihr aktivieren wollt, so öffnet sich eine Infobox, die ihr jetzt hier auf dieser Folie seht und die euch darüber informiert, dass die Anmeldeinformationen direkt hier im Marketplace erstellt werden können. Und ja, je nachdem um welche Integration es geht, werden dann auch automatisch die passenden Berechtigungen für die Schnittstelle angezeigt. Am besten, wir springen mal in den Demo-Account und ich zeige euch das mal direkt. Und zwar, wenn ich jetzt hier auf Marketplace gehe, dann suchen wir uns hier mal eine Integration raus. Also zum Beispiel hier Circular, Integration für Reisekostenabrechnung und dann haben wir jetzt hier eine Übersicht der Integration. Und wenn ich jetzt hier auf Verbinden klicke, dann sehe ich jetzt, dass ich direkt hier neue Zugriffsdaten generieren kann. Ja, das mache ich jetzt einfach mal. Und jetzt sind sie auch schon direkt generiert. Das war es dann auch schon. Und ich kann jetzt hier Client-ID nehmen, Secret nehmen und damit dann je nach Anforderungen des Integrationspartners weiterverfahren. Und wenn ich jetzt hier auf API Zugriffsdaten verwalten klicke, dann leiten wir direkt in den Einstellungen, wo jetzt die Zugriffsdaten schon erstellt sind. Und hier könnte ich dann gegebenenfalls noch Änderungen an den Rechten vornehmen. Die sind aber immer so voreingestellt, wie es eben, ja, von der jeweiligen Integration dann halt auch benötigt wird. Gut, dann kommen wir noch ganz kurz zur Integration mit RATEV. Die ist ja ein bisschen anders aufgebaut und vom Umfang und auch von der Konfiguration wesentlich komplexer, sag ich mal. Und aus diesem Grund wird sie jetzt auch ein wenig hervorgehoben und bekommt ihren eigenen Platz in den Einstellungen. Also die Einstellungen zur Integration von RATEV findet ihr jetzt nicht mehr im Punkt Gehalt und Lohnbuchhaltung mit drin, sondern wird jetzt als Extrapunkt aufgelistet. Genau. Gehe ich in den Demo-Account, hier wieder auf Einstellungen und sehe dann auch gleich hier RATEV Lohn und Gehalt Integration. Ich klicke jetzt auch einmal drauf und dann seht ihr auch, dass der Reiter Arbeitgeberinformationen, den es früher auch gab, den gibt es jetzt so nicht mehr, sondern die Arbeitgeberinformationen sind jetzt hier oben zu finden. Und wenn ich jetzt hier auf den Stift klicke, dann kann ich die da auch bearbeiten. Ja, das war es dann auch schon ganz kurz und knapp dazu. Da ist der erste Themenblock auch schon vorbei. Gibt es denn Fragen aus dem Frauen- und Antwortenbereich? Hallo Andreas. Nein, aktuell haben wir tatsächlich keine einzige offene Frage. Cool. Das ist schön. Dann ist wohl alles klar. Das freut mich her. Dann können wir auch einfach schon direkt in den zweiten Block gehen. Super. Danke Laura. Weiter geht's auf der Agenda mit Performance und Entwicklung. Vielleicht ist euch ja schon aufgefallen, dass in einem Mitarbeiterprofil jetzt kein Reiter mehr zur Performance mehr existiert. Denn wir haben jetzt auch die letzte P&E Performance und Entwicklung Funktion aus dem Mitarbeiterprofil in die Performance und Entwicklung App verschoben und das waren die Performance Meetings. Dadurch sind jetzt, ja, das Planen von Meetings ist übersichtlicher und tatsächlich auch direkt verbunden mit den Beurteilungszeiträumen. Und so könnt ihr auch sicher gehen, dass Gespräche stattgefunden haben und so zum Beispiel auch bestimmte Prozesse im Unternehmen eingehalten worden sind. Vorgesetzte haben jetzt auch so einen zentralen Ort, an dem sie ihre verschiedenen Verantwortlichkeiten innerhalb eines Zeitraums überblicken und wahrnehmen können. So, wir gehen jetzt einmal direkt wieder in den Account rein und ich zeige euch das Ganze mal. Jetzt erstmal als Admin, wobei je nach Zugriff rechnen könnte das jetzt dann auch die Ansicht für HR ManagerInnen sein und gehe jetzt hier auf Performance und Entwicklung, Zeiträume. Vielleicht erstmal ganz kurz, wann die Funktion zu Meetings Planen überhaupt sichtbar wird. Und zwar, wenn ich jetzt hier oben auf neuen Zeitraum erstellen gehe. Jetzt gebe ich hier nur ganz kurz irgendwie einen Test. Klick auf Weiter, nehme ein paar Mitarbeiter mit in den Zeitraum mit rein. Klick dann nochmal auf Weiter und habe jetzt hier meine Beurteilungsarten. Und die Beurteilung durch Führungskraft, wenn die aktiviert ist, dann habe ich auch die Möglichkeit, die Meetings zu planen. So, zurück zur Übersicht und jetzt gehe ich hier mal auf die Halbjahresgespräche 2020. Und ja, sehe jetzt hier alle Personen in diesem Beurteilungszeitraum und habe jetzt hier in der Spalte Performance Meetings die Möglichkeit, geplante Meetings anzusehen. Das hier ist jetzt zum Beispiel schon geplant. Oder ich kann jetzt auch theoretisch ein neues Performance Meeting planen. Wenn ich jetzt das mache als Admin bzw. als HR-Managerin, dann wäre ich aber auch direkt schon teilnehmende Person. Was noch ganz cool ist, hier oben sehen wir eine Prozentzahl von den Performance Meetings für diesen Zeitraum, die bereits geplant worden sind. So, ich gehe jetzt mal rein als ein Vorgesetzter. Hier, ich nehme mal den Bastian und jetzt logge ich mich mal als der Bastian ein. So, und jetzt gehe ich als Bastian auf Performance und Entwicklung, Zeiträume. So, und gehe jetzt wieder auf Halbjahresgespräche 2022. Genau. Und jetzt kann ich jetzt hier bei Alena ein Meeting planen. Klickt dann hier auf Meeting planen. Und jetzt öffnet sich quasi ein neues Fenster. Und da kann ich jetzt Details eingeben für das Meeting. Also Datum. Und dann nächsten Freitag. Beginn 10 Uhr. Ende 11 Uhr. Kann jetzt noch ein Ort mit dazu zusehen. Und einen Link, falls es online stattfindet. Eine Beschreibung. Ich sehe hier auf der rechten Seite die Teilnehmenden und kann auch weitere Teilnehmenden hinzufügen. Und sehe hier unten direkt die Links zu bereits abgegebenen Beurteilungen von diesem Beurteilungszeitraum. So. Und jetzt kann ich auch schon das Meeting direkt aufsetzen. In dem Moment, wo ich das mache, geht eine Einladungs-Mail für das Meeting an alle Teilnehmenden raus. So. Und jetzt sehe ich das hier. Und ich kann jetzt hier auch nochmal draufklicken. Könnt jetzt hier auch im Nachhinein nochmal das Meeting bearbeiten. Änderungen vornehmen. Zum Beispiel, dass es doch länger geht. Und das Meeting dann auch nochmal aktualisieren. Und dadurch wird dann auch eine Aktualisierungs-Email an alle Teilnehmenden gesendet, wie ihr das jetzt hier in diesem Pop-up seht. Cool. So viel dazu. Ähm, dann, genau. Geht's jetzt, äh, nochmal weiter in die Performance-Entwicklung. Äh, da hab ich noch ein kleines Update für euch. Das ist zwar eher klein, aber dafür sehr fein. Ähm, und, äh, war auch tatsächlich ziemlich gefragt von euch. Es geht nämlich darum, dass innerhalb von einem Zeitraum, ähm, Zeitraum, ähm, Sortierungen vorgenommen werden können. Ich zeig euch das jetzt einfach einmal direkt in dem Account, was ich meine. Und, ähm, hier wieder aus. So. Und gehe jetzt auf Informations-Entwicklung, auf Zeiträume. War jetzt wieder Halbjahresgespräche aus, oder vorhin schon mal. Und das ist jetzt halt wieder die Hauptseite, in der ich eben überprüfen kann, wie es um den Status von dem Zeitraum steht. Ob alles passt, oder ob irgendwo noch was fehlt. Und, ähm, um da einen besseren Überblick zu haben, kann ich jetzt hier, ähm, diese Spalten sortieren. Ja. Also ich kann zum Beispiel, wie ich es gerade schon gemacht habe, gucken, wo denn schon ein Performance-Meeting geplant ist. Ähm, oder ich kann zum Beispiel bei den Beurteilungen schauen, äh, ob eine Beurteilung schon abgegeben worden ist, freigegeben worden ist, oder noch gar nicht gestartet. Genau. Das hilft euch einfach, wenn ihr ziemlich viele Zeiträume habt und auch einige Leute in diesen Zeiträumen und, ähm, habt dann als HR-ManagerInnen oder als Vorgesetzte eben, äh, könnt ihr leichter erkennen, wie der Status ist und wo eventuell dann noch Handlungsbedarf besteht. Gut. So, nach den beiden Punkten haben wir mal wieder Zeit für ein paar Fragen, wenn dann welche reingekommen sind. Ja, in der Tat. Und zwar, ähm, wir starten gleich mal mit der ersten Frage des Tages. Sie hat auch zehn Abworts bekommen von Julia. Und zwar, ähm, fragt Julia, gibt es eine Verknüpfung von Personio mit dem Unternehmenskalender? Für die Planung von Meetings? Also so, wie das auch im Recruiting möglich ist? Ja, also, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, Julia. Gibt es aktuell noch nicht. Also, ähm, das Recruiting oder auch Abwesenheiten, die können ja zum Beispiel über die, äh, Kalenderintegration verbunden werden. Es geht jetzt mit Performance-Meetings so nicht. Was geht, ist, einen iCal-Link zu generieren im Unternehmenskalender und, äh, diesen iCal-Link dann quasi im eigenen Kalender halt abonnieren. Und dadurch hätte ich dann eben auch die Performance-Meetings mit dabei. Ähm, dass das aber so, ähm, ja, direkt, äh, synchronisiert ist, wie es bei der Kalenderintegration der Fall ist. Da, ähm, das ist uns bewusst, äh, dass das aktuell noch nicht geht. Ähm, genau. Alles klar. Dann, ähm, die Frage mit den zweitmeisten Upvotes kommt von Laura. Und zwar fragt Laura, kann ich bei der Planung eines Performance-Meetings auch eine Formularvorlage nutzen oder beziehungsweise anhängen? Also zum Beispiel Formularvorlage, ja, das Gespräch. Genau. Also, du, also was man in dem Meeting-Kanal machen kann, ist quasi aktuell so nur diese Beschreibung. Ähm, was ich tatsächlich nicht machen kann, ist jetzt zum Beispiel eben eine Formularvorlage nehmen oder aber auch ein kontinuierliches Feedback, das, ähm, mit einer bestimmten Vorlage auch, ähm, ja, äh, gemacht worden ist, da irgendwie mit dazufügen. Das geht aktuell noch nicht. Ähm, das, äh, wissen wir auch. Ähm, und das weiß auch das Produktteam. Und, ähm, wir sind auch da in dem Bereich dabei, das, äh, immer noch weiter auszubauen und zu optimieren. Ähm, daher denke ich, dass das was ist, was bald kommt. Ähm, aber aktuell geht's nicht. Genau. Alles klar. Eine letzte Frage. Ja. Nummer drei für heute in diesem Bereich von Lisa. Wenn in Outlook abgesagt oder eine andere Zeit vorgeschlagen wird, wird die abgesagte oder eben der neue Zeitverschlag dann auch automatisch in Personio aktualisiert? Nee, also, sehr gute Frage, Lisa. So rum geht's leider nicht. Ähm, quasi, also, wenn ich jetzt ein Meeting plane oder wenn ich ein Meeting aktualisiere in Personio, dann wird ja eine Mail geschickt und in dieser Mail ist dann quasi der Kalendereintrag mit drin. Und da kann ich dann in der Mail eben zusagen oder absagen. Aber wenn ich jetzt quasi in der Mail selber, ähm, also, in meinem persönlichen Kalender was ändere, dann, ähm, wird das quasi nicht zurückgesendet an, äh, Personio und wird so nicht aktualisiert. Also, es ist quasi nicht zweiwegig. Aber sehr gute Fragen tatsächlich. Vielen Dank. Ja, danke auch für deine Antwort, Andreas. Dann würde ich vorschlagen, wir machen einen. Super. Perfekt. Ja, danke für die ganzen Fragen. Und dann kommen wir zum dritten großen Block. Hm, da geht es jetzt, ähm, ja, um ein paar Themen und um An- und Abwesenheiten. Hm, und das erste ist, ähm, unsere neue Funktion, äh, Genehmigungen zu delegieren. Das, äh, war tatsächlich ein Top-Favorit von euch aus der Community, so eine Funktion einzuführen. Also, bisher war es, äh, einfach so, dass, ja, bei Genehmigungen, wenn jetzt, ähm, die genehmigende Person irgendwie nicht da war, dass es dann zu Verzögerungen, äh, kommen konnte. Und, äh, ja, sowas hat dann vielleicht auch mal zu Frustrationen geführt bei den Mitarbeitenden. Hat vielleicht zu mangelnder Transparenz bezüglich den tatsächlichen aktuellen Abwesenheitstagen geführt. Und, ja, also, dazu gab es auf jeden Fall sehr, sehr viel Feedback von euch. Und, ähm, deshalb freue ich mich sehr, dass ich euch diese Funktion jetzt vorstellen darf. Hm, ja, also, was kann sie momentan, ähm, eben für Anwesenheiten und Abwesenheiten, Genehmigungen an die nächste Führungskraft zu, äh, delegieren? Und, ja, ich sag, dass die Funktion das momentan kann, ähm, weil wir hier tatsächlich noch am Anfang sind. Und, das müssen wir auch, äh, und das Ganze Stück für Stück jetzt, äh, ausbauen und optimieren wollen. Also, dazu wird auf jeden Fall bald noch mehr kommen. Und jetzt springen wir einmal rüber in den Demo-Account, damit ihr seht, was ich meine. So, einmal auf die Einstellungen und dann auf Genehmigungen hier. So, und, ähm, genau, ich kann jetzt für alle Abwesenheiten und auch für die Anwesenheit, ähm, die Funktion aktivieren. Was tatsächlich aktuell noch nicht geht, sind Genehmigungen bei Mitarbeiterdatenänderungen zu delegieren. Ähm, genau. So, jetzt, äh, nehme ich mal hier die Abwesenheit bezahlter Urlaub. Und habe dann hier auch schon den Haken, dass ich die Delegierung aktivieren kann. Das hake ich jetzt ja einfach mal an und klicke dann auf Speichern. So, und jetzt, ähm, schauen wir uns das Ganze mal an, wie das aussieht. Ich gehe jetzt mal in die Mitarbeiterliste und, ähm, nehme jetzt mal die Arena. Gehe auf Abwesenheiten. Und hier, ähm, locke ich mich jetzt erst als Dialena Ei. Genau, ich will ja eine beantragen, so. Und jetzt zum Beispiel für nächste Woche Freitag beantrage ich jetzt, ähm, Urlaub. Und schicke jetzt einfach mal direkt auf Beantragen. So. Jetzt, ähm, schauen wir uns das Ganze mal, ähm, genau als ihr Vorgesetzter ein. Genau, als der Bastian. So, loggen wir uns als Alena aus. Und loggen wir uns dann als der Bastian ein. Genau, jetzt, wenn ich jetzt auf die Startseite gehe, dann sehe ich ganz normal, ähm, dass, äh, hier eine Anfrage für den bezahlten Urlaub an kann. Jetzt ist es nur so, dass ich eigentlich den Bastian in den Urlaub geschickt habe. Der Bastian hat selber, ähm, tatsächlich gerade auch in der Abwesenheit, nämlich Urlaub drinstehen. Und ist deshalb momentan eigentlich abwesend. Genau. Und deshalb kommt jetzt, äh, durch die Delegierung, äh, Bastians Vorgesetzter ins Spiel. Das ist hier in unserem Beispiel der Christoph. Ähm, vielleicht ganz kurz hier, so, äh, ähm, also woran wir ebenfalls derzeit arbeiten und was im Augenblick noch nicht möglich ist, ist, dass die Genehmigung an eine andere Person als die direkte Vorgesetzterin delegiert wird. Genau. So, und jetzt logge ich mich, äh, hier als Bastian aus und logge mich als Bastians Vorgesetzter, der Christoph, ein. Und wenn ich jetzt hier auf die Startseite gehe, genau, dann sehe ich jetzt hier auch die Anfrage von Alena und auch eben mit dem Hinweis, dass ich, äh, im Namen von Bastian eben, ähm, genau, delegiere. Äh, wenn jetzt Bastian aus dem Urlaub zurück ist, ohne, dass ich jetzt hier die, ähm, die Abwesenheit genehmigt habe, dann würde die auch hier, äh, bei Christoph wieder verschwinden, ne, sobald der Bastian wieder da ist. Genau. So, aber jetzt, äh, genehmige ich das mal und wenn ich dann auf, ähm, Alenas Profil gehen würde, auf die Abwesenheiten, dann würde ich auch sehen, dass tatsächlich Christoph und eben nicht, Bastian die, äh, die, äh, die, äh, Abwesenheit genehmigt hat. So, ich hoffe, ich hab's, äh, klar erklärt. Genau, dann geht's auch schon weiter, ähm, mit dem nächsten Update, ähm, auch zum Thema Genehmigungen. Und zwar, wenn Vorgesetzte die Zeiten von Mitarbeitenden genehmigen, äh, dann sind das ja oft, also, je nach Teamgröße, echt einige. Und, äh, um hier jetzt ein wenig besser sehen zu können, in wemfern sich diese Zeiten unterscheiden, oder welche davon zum Beispiel gar nicht regelkonform sind, ähm, haben wir einen zusätzlichen Filter eingebaut. Und mit dem Filter lassen sich dann zum Beispiel alle Zeiten anzeigen, die, äh, die Pausenregeln nicht einhalten, die, die maximale Stundenanzahl nicht einhalten, oder die an einem Feiertag stattgefunden haben. Ähm, ich zeig euch das jetzt mal, äh, wieder im Demo-Account. Hm, so, genau. Ich geh jetzt nochmal rein bei Alena. Und, geh mal auf die Anwesenerhaltung, und jetzt sehe ich bei Alena, dass sie, äh, für letzte Woche drei Zeiten eingereicht hat. Und, ja, jetzt gehen wir hier, äh, wieder auf, hm, Bastians Profil. Hm, loggen uns als Bastian ein. Oder, wenn ihr in den Einstellungen, äh, auch das Delegieren für Anwesenheit beaktiviert habt, könnten wir das jetzt theoretisch auch als Bastians Vorgesetzter machen, als Christoph, weil Bastian ist ja eigentlich gerade noch im Urlaub. Ähm, genau. Und gehen jetzt hier auf, äh, Zeiterfassung. Und sehen jetzt hier die jeweiligen Zeiten, die eingetragen, äh, oder eingereicht worden sind. Und haben jetzt hier rechts oben diese Filter-Logik. Also, ich finde es übrigens lustig, ich rede, äh, so viel über diese Personen hier. Da vergesse ich manchmal, dass, ähm, das ja nur Demo-Profile sind und der Bastian gerade gar nicht wirklich am Strand ist. Äh, ja, okay. Wo, was, ah ja. Filter, genau. Äh, jetzt kann ich zum Beispiel hier ein gegen Arbeitszeiten überschritten. Und jetzt werden mir eben nur diejenigen Zeiten angezeigt, ähm, bei denen Arbeitszeiten überschritten worden sind. Und, ähm, hab da jetzt hier die entsprechenden Einträge, was mir als vorgesetzte Person einfach, äh, hilft, besser die erfassten Zeiten, ähm, der Mitarbeitenden zu überblicken und zu sehen, eben, ja, ob, äh, alles regelkonform ist oder eben das. Gut. So, dann war's das dazu. Wir sind dann tatsächlich jetzt auch schon bei unserem letzten Update für heute angelangt. Ähm, ähm, und wir bleiben auch bei den An- und Abwesenheiten, also, beziehungsweise jetzt bei den Abwesenheiten, ähm, genau. Es geht darum, bisher konntet ihr beim Kontingent von Abwesenheitstagen, äh, wie zum Beispiel jetzt Urlaub, eine absolute Anpassung der Tage im Mitarbeiterprofil vornehmen. Für stundenweise Kontingente ging bisher nur, dass ihr eine Anzahl an Stunden hinzugefügt oder abgezogen habt. Ähm, dass aber bei den Stunden ein, äh, bestimmter Wert an Stunden zu einem bestimmten Datum gültig sein soll, das ging bisher noch nicht. Ähm, beziehungsweise nur über so einen kleinen Umweg, ähm, nämlich über einen Import. Und dem Thema haben wir uns dann angenommen, ähm, weil es auch wirklich ein sehr, sehr, sehr gefragter Punkt von euch war. Genau, also, ab jetzt könnt ihr, äh, auch bei stundenweisen Abwesenheiten absolute Anpassungen vornehmen. Ich zeig's euch im Demo-Account. Ähm, genau, jetzt geh ich mal wieder rein als Alena. Und, ähm, unter Abwesenheiten, ähm, sehe ich jetzt hier rechts, ähm, die bezahlte Freistellung in Stunden. Das, ähm, ist eine Abwesenheit, da habe ich jetzt vorhin, äh, eine Kontingentregel angelegt und die auch Alena zugewiesen. Und hier kann ich jetzt, äh, den Kontostand anpassen. Klick auf Kontostand anpassen und jetzt kann ich hier auf Kontostand auf einen bestimmten Wert festlegen. Und kann jetzt sagen, dass es 25 Stunden sein sollen ab dem 1. Oktober. Genau, könnt ihr jetzt hier noch eine Notiz dazu hinterlassen, warum ich das vielleicht mache. Und klick dann auf Bestätigen. Genau, und das war's dann auch schon. Und wenn ich jetzt hier nochmal hier runtergehe und dann, ähm, auf das Uhren-Symbol klicke, dann sehe ich jetzt, dass das ab dem 1. 10. 2022, ähm, 25 Stunden sein werden. Genau, ähm, was mich tatsächlich besonders an dieser Funktion freut, äh, ist folgendes. Also bei uns passiert zurzeit einiges, was die, ähm, also wie soll ich sagen, also was die Gleichstellung von Abwesenheiten in Tagen und Abwesenheiten in Stunden angeht. Vielleicht dachte ich dir das ja schon mal, dass ihr, äh, eine Support-Anfrage gestellt habt und dann, ähm, haben wir euch gesagt, hey, geht jetzt zwar für, äh, Abwesenheiten in den Tagen, aber geht nicht für Abwesenheiten in den Stunden. Ähm, 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 und ja, daran arbeiten wir gerade und das Update jetzt ist quasi Teil von so einem größeren Projekt dementsprechend. Gut, genau. Das war's dann auch zu diesem großen Block. Hm, haben wir denn dazu einfach Fragen? Laura? Ja, also, äh, wir haben viele Fragen, aber auch Kommentare bekommen. Ja. Ein Thema, ich weiß, du hattest das schon kurz auch adressiert, ich wollte es nur nochmal auch erwähnen, weil es wirklich ganz, ganz viele Kommentare dazu gab. Und zwar das Thema, ähm, der Delegation, ähm, Alexandra, also hat zum Beispiel 20 Abworts bekommen, ähm, sagt, man kann aktuell nur an die nächsthöhe, ähm, höhergestellte Führungskraft delegieren. Das passt nicht immer, ist in Planung auch an ausgewählte Personen delegieren zu können. Also das war, ich glaube, dazu haben wir bestimmt acht, neun verschiedene Kommentare und Fragen, die wir noch aufgreifen. Genau, also, das ist, äh, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. Wir haben uns halt entschieden, diese Funktion jetzt quasi schon mal, ähm, auszurollen, ähm, mit dem Bewusstsein, dass es quasi aktuell nur, äh, an die, an die direkte vorgesetzte Person geht. Ähm, genau, und es können auch aktuell noch keine andere Personen ausgewählt werden, ähm, fürs Delegieren. Das, ähm, ist uns bewusst, äh, daran arbeiten wir und ich denke, da wird dann auch, äh, in nächster Zeit was dazu kommen. Alles klar. Dann eine recht konkrete Frage von Michaela lautet, kann man die Vertretung für Genehmigungen, also im Klaren Mann Urlaub, in der Hierarchie nach oben begrenzen, damit am Ende nicht die Geschäftsführung davon betroffen ist? Also, äh, also jetzt, es geht jetzt quasi auch um die Delegierung, um die Delegieren, genau, also, das, äh, das ist lustig, weil das habe ich tatsächlich, äh, heute Morgen selber nochmal getestet. Ähm, also, ähm, also, es ist das aktuell so, damit eben automatisch, ähm, ja, so eine Grenze erreicht wird, also, wenn jetzt die Person, äh, die, die Genehmigung quasi, ähm, an die die Delegiert wird, äh, wenn die auch nicht da wäre, weil die auch abwesend ist. Also, in unserem Fall war das ja der Christoph, der am Ende, äh, genehmigt hat und wenn der auch nicht da wäre, dann würde das nicht noch weiter hochgehen. Also, da ist quasi dann direkt schon Stopp, ähm, einfach weil wir gesagt haben, hey, aus dem Grund, wenn der jetzt auch nicht da wäre, dann würde es am Ende bis zur Geschäftsführung hochgehen und, ähm, glaub nicht, dass man das dann irgendwie will. Und von dem her, genau, ist dann auch schon da Stopp. Ja. Perfekt, ja, genau, auch das Thema hat eben die Frage abgezielt. Ähm, ansonsten würde ich sagen, machen wir weiter. Die, ähm, ähm, Kolleginnen und Chatsupport sind schon ganz fleißig am tippen und dann wird es bereit für den letzten Bereich. Also, das, äh, das war tatsächlich schon der letzte Bereich. Also, falls jetzt gerade noch irgendeine Frage offen ist, hätten wir noch ganz kurz Zeit. Okay, perfekt. Ja, und wir haben einige Fragen. Ich dachte nur, es würde noch, ähm, es würde noch, ähm, es würde noch einen kurz, das Kapitel kommen. Aber dann machen wir chronologisch weiter mit den Upvotes. Ähm, eine Frage von Laura. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen mehr Kontext dazu. Lautet, bekommen, ähm, dann auch beide, also der eigentliche Manager und die Vorgesetzte des Managers, eine Benachrichtigungs, ähm, Mail über die Task? Ja, also wenn, genau, also wenn, wenn in den persönlichen Einstellungen bei beiden, ne, ähm, also die, die Benachrichtigungs für Genehmigungen, äh, aktiviert ist, dann bekommt es tatsächlich beide, weil, also die, die Person, die generell genehmigt, also jetzt in dem Fall eben die, die direkte, ähm, vorgesetzte, die bekommt das immer. Und wenn diese Person, äh, aber abwesend ist und die Delegierung aktiviert ist, dann bekommt es eben noch die nächsthöhere Person, ähm, aber eben auch immer die, die direkte Vorgesetzte. Genau, also, genau, also in dem Fall immer beide. Ja. Ähm, ich gehe gerade nochmal die, die Fragen durch, ähm, ich gebe mir eine Sekunde, ähm, wir haben einiges bekommen, aber auch schon einiges wird gerade beantwortet. Ähm, eine Frage von Sandra wäre noch, ähm, wir haben Teams, in denen zwei Genehmigungen hinterlegt sind. Also, ähm, also zuerst zum Beispiel eine Teamassistenz und erst danach dann die direkte Führungskraft. Ja. In einer Abwesenheit der Teamassistenz dann die Führungskraft doppelt genehmigen müssen? Also, nee, also doppelt nicht und quasi dieses, dieses Delegieren, das ist, ähm, das ist sozusagen aktuell noch so ein bisschen entkoppelt von all dem, also, ähm, was zum Beispiel gerade auch noch nicht ist, ist, dass das Delegieren irgendwie in Zusammenhang mit, äh, Zugriffsrechten wäre oder so. Ähm, genau, also in dem Fall ist es quasi so, es geht wirklich immer darum, dass, ähm, dass wenn die, der, die direkte vorgesetzte Person, die zu irgendeinem Zeitpunkt, ähm, eine Abwesenheit oder Anwesenheit genehmigen sollte, wenn diese Person nicht da ist, dann geht es eben an die andere Person. Ähm, ansonsten wird ganz normal der, äh, Genehmigungsworkflow eben schon eingehalten und, äh, genau, Schritt für Schritt halt abgeklappert. Okay, perfekt. Ähm, vielleicht eine letzte abschließende Frage noch, ähm, oh, jetzt kommt noch mal einiges rein, äh, es hört nicht aus, aber wir nehmen jetzt nochmal die Frage von Annalena, weil sie zumindest schon mal drei Abwurz bekommen hat, ähm, sie sagt, ähm, also die Frage beginnt mit aber, aber viele Unternehmen, unter anderem bei uns, ähm, ist der Abteilungsleiter dann direkt unter dem CEO, das heißt, hier würde es dann an den CEO delegiert werden, richtig? Also es gibt quasi nicht diese Möglichkeit, jemanden komplett zu blocken. Nee, genau, also, also ich denke immer quasi, also was hilft eben, ist, ist, in Person der Org-Chart, ähm, sich vor Augen zu führen und wenn dann quasi, also, wenn, äh, die Führungskraft, ähm, normalerweise genehmigen sollte und, und die dann nicht da ist und die Delegierbar aktiviert ist, und die nächste Person im Org-Chart die Geschäftsleitung ist, dann bekommt tatsächlich die Geschäftsleitung die Anfrage zum Genehmigen. Also da ist es halt wirklich quasi Org-Chart-mäßig eben geht es immer eins hoch. Und ja, deshalb da sind wir auch wieder beim Thema von vorhin, dass uns bewusst ist, dass es aktuell eben nur so funktioniert und dass wir daran arbeiten, dass da in Zukunft quasi noch mehr Spielraum, mehr Konfigurationen dafür dann eben auch gegeben sein wird. Alles klar. Ich weiß, ich habe schon gesagt, eine abschließende Frage, aber es gibt nochmal eine mit elf Upvotes und ich denke, wir haben die Zeit. Es wird schon auch für heute schön sauber beantwortet. Und zwar Jan Niklas fragt noch eine andere Frage. Wird es eine Einstellung geben, dass nur eine Abwesenheit zur gleichen Zeit eintragbar ist? Zum Beispiel bei denen ist es so, aktuell buchen Mitarbeiter bei uns Urlaub, dann sind die krank und dann muss das immer händisch geändert werden von der HR-Abteilung. Also gute Frage. Also es ist auf jeden Fall aktuell so, wie du eben selber schon bemerkt hast, dass man mehrere Abwesenheitsarten für einen Tag dann eben auch eintragen kann. Kann ja zum Beispiel sein, jemand hat die Abwesenheitsart auch Homeoffice, irgendwie durchgehend für einen Monat, wie auch immer, und ist dann aber noch zusätzlich im Urlaub. Und dann kann man quasi eben mehrere Abwesenheiten hinterlegen. Also dass man das irgendwie in den Einstellungen blocken könnte, das weiß ich nicht, ob wir daran gerade arbeiten. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich kann versuchen, das da rauszufinden. Genau, habe da jetzt aber tatsächlich gerade aktuell keine Antwort für dich. Ja, das war die letzte Frage aus dem Chat. Wir nehmen die Frage mit. Und vielen, vielen Dank für deine ganzen Antworten, Andreas. Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank auch für die ganzen Fragen. So, genau. Dann war es das auch für heute. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart, dass ihr zugehört habt, eure Fragen gestellt habt. Und ich hoffe natürlich sehr, dass da für jeden was dabei war. Danke auch an Laura und natürlich auch an den Chat-Support, die im Hintergrund bestimmt ganz viele Fragen beantwortet haben, was sich beim Moderieren gar nicht so mitbekommt. Und genau, noch eine klitzekleine Sache. Wir schicken ja nach jedem Update so einen Recap-Post raus, wo wir dann auch noch mal auf offene Fragen eingehen. Und bitte da nicht wundern, solltet ihr erst im Laufe der nächsten Woche da sein. Genau. So, und das nächste Update gibt es dann am 5. Oktober. Dazu, ja, meldet euch sehr gerne an, um nichts zu verpassen. Und abonniert dazu auch noch sehr gerne unseren Kunden-Newsletter. Ja, so, und wie immer könnt ihr jetzt dann es freigeschalten, euer Feedback zu heute abgeben. Wir freuen uns natürlich immer sehr über jede Menge Fikt-Meldungen von euch. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Donnerstag und bis dann. Ciao. 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 Untertitelung. BR 2018